Hey, I'm friendly, man. Ich hab ihn getroffen. Hey, I'm friendly. Hey, I'm friendly. Jawohl. Ich hab seine Beine ge... Jawohl, ich hab ihn, ich hab ihn. M8 Automatic Rifle. Maschine. Ich hab eine HK416GB ACOG. Was? Am Airfield oder was? Hm? Ich glaub ich bleib hier mit der... Oder eine MCAT Bonnation, die MCAT12 SPR. Die ist geil. Mit 100 Schuss. Ja, die würde ich nehmen. 3 Kilometer noch, sagst du? Ring, 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 ring. Schmeiß mal erstmal die Scheiß... ...Chamic Lights weg. Das hab ich eben schon gemacht. Wo ich mein Fahrrad aufgebaut hab. Und direkt Cham Lights getroppt. Und das hinten am Hangar? Ja. Oh, links, glaub ich, am... Am... An der Nordblätter müsste jemand sein. Boah, Alter, ist da eine geile Base. Das könnte ich sein. Ich renne gerade übers Airfield. Wo bist du denn? Soll ich direkt zum Airfield kommen? Ja, ja. Wo bist du genau? Äh, direkt links von dir. Ja, das bist du nicht. Guck mal. Bei der Nordblätter-Cover ist. Ich muss erstmal ne Waffe besorgen. Maxi King. Alright. Ja, ja. Muka hat ein Nordblätter. Ja, ja. Muka hat ein Nordblätter. Ne, ich weiss ja gar nicht, wie das Lied ging. Da fällt es natürlich nicht ganz ein. Guck mal, die haben hier was dazu gebaut. Finde ich ganz cool. Oh, hier ist ein Antibiotik in der Nordblätter. Guck mal, die haben hier an der, ähm... Am Air-Control-Tau oder sowas dazu gebaut. Finde ich mega, mega cool. Ach, und hier ist ein ganzes Krankenhaus. Am Airfield hast du ja jetzt alles. Bist du das? Das viel... Nein, 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 nein. Okay, fuck, dann. Ich hätte den töten können. Ich wusste noch nicht, ob du das bist. Oh, der ballert mich an. Hilft raus. Ich hab dir nochmal ein paar Mal angeht. Ist er hingefallen? Nein, noch nicht. Jetzt ist er, glaube ich, hingef... Jo, hat Beine gebrochen. Finishing! Ah, ich blute selber gleich. Das könnte nicht sein. Ich wusste nicht, ob Fabi vorgelaufen ist oder nicht. Fuck. Ah doch, der ist tot, der ist tot. Der Name kommt mir so bekannt vor. Kikos. Ja, mir auch. Camping Kikos. Ich renne jetzt bei den Hangarn rum. Irgendwie... Ich glaube, das ist Kürsik. Kürsik? Nicht mal Kikos? Stimmt. Hat der Kürsik sich wieder mit dem falschen angelegt, ne? Das stimmt vorher. Ja. Bleib stehen. Guck mal, wie man jetzt von hier aus hier... Das ist richtig geil gesetzt, das Gebäude. Ja, Mann. Ich kann von hier aus die andere Seite vom Airfield einsehen. Jo, dankeschön. Ich habe wieder Blut. No problemo. Senorita. Schönen Farmbro. Also, wir haben einen Bloodpick auf Reserve. Aber... Und nicht Blute. Ich habe geschossen. Okay, gut. Ey, ich mag diese MK12, ne? Die ist mega genau. Macht 4000 Schaden, glaube ich, wie jede Standardwaffe. Standard... Oder 3000 Schaden, glaube ich. Aber Standardwaffen werden voll unterschätzt. Ich finde, Standardwaffen sind die besten Waffen. Weil die einfach so derbe zielgenau sind. Wer von euch läuft durch Military-Gebiet? Ich lobe ihn. Ich lobe ihn. Ich bin noch ein Tag aus. Ja, ich bin vor dir, Mucker. Okay. Aukili da, Aukili. Ich habe da voll die Kopfschmerzen bekommen. Ich bin immer noch dahin. Ey, man kann dieses Gebäude jetzt looten, ne? Wie bei der Standalone. Ja, ja. Muss ich gar nicht. Hier ist ne Waffe. Was für eine? Die Super-Double-Bury-Shutgun. Geh mal hier in die Baracke. Du darfst. Ich hoffe ja auf AC-Amonition. Oh Mann, hier gibt es echt viele Sachen, die man looten kann. Was heißt looten kann? Ich finde geil, dass es neue Gebäude gibt. Schau mal vor Daisy. Mod würde jetzt machen, dass man jedes Gebäude begehen kann. Oh, wie hat die Mod geil. Hat einer von euch ein Messer? Nein, aber das überfahre die einfach. Fahre sie gleich dort bitte. Goat Simulator. Boah, schön mit dem Gesicht innen. Bei mir hast du sie verfehlt. Nein, habe ich nicht. Ich höre ein Auto, glaube ich. Ja, unseres. Wo ist mein Sound eigentlich so leiser? Ich höre ein Auto, glaube ich. Wieso ist mein Sound leiser? Wieso habe ich keinen Sound? Sound ist immer doppelt so laut. Stimmt, wir fahren SUV. Sound erstmal, zack. Hälfte hochgedreht. Es ist ja nicht so, dass es ein Bock ist. Geht doch uns fährt ein Auto, sag ich doch, Schwasti. Wo? Wer folgt das uns? Geht doch uns auf der Straße. Wohin? Richtung Norden. Echt? Ja. Was war das denn? Auf der SUV, glaube ich. Das war glaube ich die SUV von eben. Jaum! Dann ist das diese Sniper Base. Dieses Habt ihr nicht gehört. Ich habe gesagt, diese bösen Boom von Freundlichen Nachbarn. Nein. Die sind nicht freundlich. Ich weiß nicht, die mit diesem hässlichen Camper, mit dieser hässlichen Camper Base. Ja. Wir steigen jetzt aus und ballern die so kaputt, dass die... Die werden jetzt sowieso das Tor öffnen. Wir müssen die währenddessen kaputt ballern. Einfach Dauerfeuer. Voll aufs Auto. Voll auf die drauf. Die dürfen nicht schaffen, die Base zu schließen. Da ist diese Tricks Base. Ja. Und meinst du, die waren das auch? Ja. Unapro. Hier gibt es sonst nur noch eine Burg, glaube ich. Sind die da lang gefahren? Nein. Da steht kein SUV. Okay. Ne. Das Tor ist zu. Ach. Die waren das eigentlich nicht. Links könnte das sein. Aber ich sehe keine Staubwolke. Ich fahre mal weiter geradeaus. Doch nicht. Harry, bist du dir sicher, dass du hier was gesehen hast? Ja. Was ist hier momentan noch eine Waves? 80%. Bist du dir zu 85% sicher, dass du was gesehen hast? Ne, nur zu 80%. 80. Also da war auf jeden Fall irgendwas. Du bist zur Sicherheit da. Ja, ich, 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 ich gebe nie 100% bei meinen Aussagen. Jo, die sind da an der Scheune. Die tanken da, die tanken da. Ich glaube, die haben uns noch nicht gesehen. Die haben da angehalten. Die haben da eine Base. Die haben da eine Base. Aussteigen? Ja, ja. Da ist keine Base, da ist keine Base. Wenn einer von euch mir die Zombies abhalten. Jo, jo. Sie ist in der Scheune. Einer ist tot. Noch einer. Ich gehe links rum. Zweiter ist auch tot. Boah, eventuell haben die Safe offen. Der eine war im Safe. Holt einer bitte das Auto. Vehikel ist gelockt. Bitte, bitte, bitte. Unlock-Safe. Scheiße, ich hätte ein bisschen warten sollen. Briefcase. 40 Gold. ACR. Man. Man. Aber nicht. Haben meine Augen. Ich bin doch nicht getäuscht. Zwei Schlüssel haben wir. Der Typ hat gar kein Lot. Nimmst du das Gold mit? Ja. Ähm. Wo muss ich denn dann hintereingang? 13 Gold. Und eine coole Waffe. 30 Meter Plot! Wir können anfangen zu bauen. Raw Bacon. Sehr gut. Auto Injector. Sehr gut. Lumber. Dann bist du 30 Meter Plot mit. Ne. How ridiculous hard is it to get a combi lock? Was haben die hier im Auto? Scheiße, ich hätte den anderen zuerst töten sollen. Ähm. Aber ich glaub der war noch nicht. Okay wir haben auf jeden Fall zwei Autos jetzt. 8. 18F. Okay der gute Key ist das. Hast du die Waffe mitgenommen? Sie sah ganz cool aus eigentlich. Ja. Das war ACR. Okay dann heil ich die. Schade. Schade. War aber. Wow. Nicht mich glatt fahren. Lassst du mich bitte fahren. Den gehst du nicht. Also 30 Meter Plot hast du mitgenommen. Jaja. Okay. Sollen wir die direkt verkaufen? Weil wir haben ja zwei. In der Tasche war nix oder? Ne ne. Na dann komm. Ja. Ne lass trotzdem einlagern. Lass trotzdem einlagern. Ja okay. Wir haben ja eh nix. Können wir den SUV dann verkaufen ja ne? Na wir können wir auch lassen. Wir haben Key. Lassen wir das stehen als Ersatz. Ja okay. Wir wollten auf jeden Fall bauen. Müssen wir jetzt öfters vorbeischauen. Da haben mich meine Augen also doch nicht getäuscht. Alles klar. Das war... Das war Bromankill und Martin. Ahhhh. I hate Mooglyphs. Sagt er. Awww. Er denkt wir campen. Er soll nicht denken was sie wollen. Campen gehört zum Spiel wenn die unvorsichtig sind. Fangen aber vor ner zombieapokalypse. Du wirst von der Banditenbande überfallen. Du wirst auch selber schreien. Hmhm. Der Martin, der Bernhard, dann sagt, Wir sind mega weit im Norden. Ja, aber guck mal, zum Beispiel auch bei The Walking Dead und so, die haben ja auch so Nachtschicht oder Nachtwacht eingedichtet. Du musst es einfach machen, sondern zu mir beklopfen. Du kannst auch nicht einfach so, weiß nicht. Ich gehe auch nicht einfach an unseren, wow, das ist so knapp. Ich gehe auch nicht einfach an unseren Safe und sage so, ja, hmm, wird schon keiner mich erschießen. Krass, die Flame, ey. Ja, Mann, Mokadis, du bist ein Wallhacker. Ich bin ein Wallhacker. Dieser Pikachu, ey, ist auch ein ziemlicher Raider. Wieso? Der ist gerade, glaube ich, ziemlich mad. Was ist, Junge? Was ist los? Oh, ist schlecht. Er schreit dir einen Nutzen-Sohn, dieser Hunde ist überhaupt mit Luuk. Oh, wow, es är 말을. Oh, Gott, oh, Gott. Mit meinen Beine gebrochen sind sie tot. Ich bin auch tot. Ich hab sogar einen von denen noch gekillt, kann das sein? Ja ich hab zwei von denen noch gekillt, oder ist UFU auf einer von euch? UFU auf ich Ja dann hab ich Diebshit noch gekillt Ich hasse dieses Fahrzeug Hätte ich wenigstens nur die N4 oder so Wann muss das eine rote Mission? Da ist eine Scheune vielleicht Boah wenn ich jetzt eine CZ finde ich wäre der glücklichste Mensch der Welt Das ist besser als nur... Oh da wird geschossen Jo der Gamers Edge hat was gelootet Ach der Gamer Edge ist sogar wahrscheinlich hier Dann schnappen die Na wenn hier noch eine Waffe wäre Ich muss wirklich mit der Machete auf den Trophen gehen Oder ich warte bis er sich verzieht und loote einfach die Waffen die drinnen bleiben Wenn ich den kenne wird der eh noch einen LS-Pick haben Aber jetzt hat er seine Waffe gewechselt Wir haben als Edge was killt WTF Gremioghurt was killt Ist das einer von euch? Jaja ich Hast du aber du warst nicht ihn ne? Ne ne Ach hier ist wieder dieses Hier ist wieder dieses rote Feuer Ich muss schnell ausgestiegen Merkt euch mal die Koordinaten Bei Dolina Ja markiert Nein der hat mich gesehen Hey hey stop 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 Ja ich hab ihn getroffen Er muss nachlernen Nein Hey I'm friendly man Ich hab ihn getroffen Hey I'm friendly Shut up man You are not friendly Jawohl Ich hab seine Beine ge... Jawohl ich hab ihn Ich hab ihn Das tot Nein WTF Alter Aber ich hab selber noch ein bisschen Ich hab nur noch 900 Blut 800 Blut 800 Blut Ich hab mich aber verbunden Open Large Gunbreak Bitte hab Jawohl der hat sogar die Wir sollen so ein Nici Ok Dann komm hier hin nach Dolina Oh boah Ich bin ne 4000 Meter da Jo ne M110 Und ich hab dafür sogar Magazine Aber jeder Zombie könnte mich umbringen Das ist das Problem Hier sind einige Zombies Open Ist unbedingt jetzt im Kriechen Mieten Vandalischen Das kann ich mitnehmen Der hat nix mehr Hite Buddy Wohl Doch der hat noch ne Dissert Eagle Die kann ich schon mal mitnehmen Ne ich behalte die Waffe Bei dem kann ich noch ähm Take Loves machen Der hat irgendwas Gilly mäßiges gehabt One Sergy Okay Open Alice Pick ist ja meins Aber auch nix Hide Buddy Kuck ich hab echt nur 800 Blut Ne Ah jetzt bin ich umgekippt Ok Sergy ist n Scheiß Dings du mach ich lieber Böse binieren Vielleicht haben die Bots Paar Sachen Die Bots Wo sind die Bots Es sind nur zwei Bots Hat einer von denen ja ein Bloodpack Ja die haben leider keine Bloodpacks Aber wenn ich genug Sachen zusammen finde Dass ich Im Endeffekt eigentlich so ein Tier schlachten kann Wäre das auch schon super Jo ich werd beschossen Da ist ein Tod Fuck Konnte ich nix machen 800 Blut Aber trotzdem Den Fight gewonnen Jo Leute ich hoffe die Folge hat euch gefallen Wenn ja dann lasst doch bitte einen Kommentar da Oder einen Daumen nach oben Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen Mit dem Captain Skuma Und unten habt ihr die letzte Daisy Folge Haut klein bis zum nächsten Mal Oh Auf auf